Es kommen jetzt ein paar Informationen zum morgigen Einkaufstag. Aha, die neue Sportmix von Arnie ist jetzt in einer neuen Packung. Weniger Material, nur noch dünne Folien, sehr gut. Unschädlich vernichtbar. Aber Papi, das ist nicht so. Arnie Sportmix. Schocki gut, verpacki gut. Doppelt so schönes Haar, auch wenn die Zeit knapp ist, ermöglicht das milde Shampoo mit Pflegespülung. Und doppelt so schön ist es natürlich auch, weil man dabei gerade noch ein Haushaltgeld gewinnen kann. Seisir flüssig gehört zu den Angeboten, die Sie morgen zum Aktionspreis bekommen. Zwei Beutel an zwei Liter kosten nur 14.90 Franken. Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen Einkaufstag morgen.